Sie haben ans Licht gebracht, was eigentlich im Dunkeln bleiben sollte, aus Sicht der Verantwortlichen. Sie haben den richtigen Menschen die richtigen Fragen gestellt und sie sind gegen alle Widerstände drangeblieben. Dafür erhalten auch in diesem Jahr Journalistinnen und Journalisten den Helmut Schmidt Journalistenpreis. Und weil wir den leider mit Ihnen nicht persönlich feiern können wegen der Corona-Pandemie, haben wir uns im Jubiläumsjahr etwas Besonderes ausgedacht. Wir ehren Preisträger und Preis an einem sehr speziellen Ort, nämlich im Wohnhaus von Helmut und Loki Schmidt. Wir freuen uns auf Sie am 19. November 2020 zur Premiere auf www.helmutschmidtjournalistenpreis.de. Bis dahin! 1. 1. 5. Vielen Dank.